Diese hier zum Kauf angebotene neue 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in Berlin-Alt Treptow. 2016 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, einen Keller sowie einen Parkplatz. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 138 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 559.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.